Ja, Herr Gassis, wie wichtig ist so eine Plattform Europaforum für die Schweiz? Es ist eine wichtige, grosse und langjährige Plattform, die sich etabliert hat und die jetzt sehr bekannt ist, ergo wichtig. Diese Plattform erlaubt eine gute Diskussion über alle möglichen Beziehungen, Probleme, die wir mit der Europäischen Union, mit dem ganzen Kontinentaleuropa haben und das ist wichtig, weil wir im Herzen von Europa sind und das betrifft uns. Was erwarten Sie vom heutigen Abend, von diesem Forum dieses Jahr? Einen guten Austausch, wir sind inmitten einer komplexen Geschichte mit diesem Rahmenabkommen, demnächst auch die Begrenzungsinitiative, also es ist wiederum ein Spannungsfeld, das da ist und es ist auch durch die Präsenz von Herrn Gabriel interessant zu spüren, was er als Deutscher zu sagen hatte und ich bin gespannt auch auf die Fragen und die Aussagen der Teilnehmenden. Noch zum Schluss, das Motto ist Aufbruch oder Abbruch, was denken Sie dazu? Aufbruch auf jeden Fall und das gilt für mich in jedem Bereich, nicht nur in Europapolitik. Vielen Dank und viel vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.